Am Samstag, am 8. Mai, ab 6 Uhr ist das Seedorf im Ungerdorf-Loop zu und her gegangen. Es hat nämlich das Festival und die Regie hier stattgefunden. Sechs Bands haben insgesamt gespielt. Angefangen hat das Ganze mit Punkrock aus Seedorf. Das Schlimmste schlägt an die, die mit den Vorurteilen das Leben gehen und die Leute nur nach Mässern verurteilen. Musik Musik Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Instabil feiern ihr 3-jährige Bestehen und haben auch ein Konzert zum Besten gegeben. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung 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 des ZDF, 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und das Fazit der Veranstalter? Wie hat es dir gefallen? Ganz gut. Nicht wirklich. Wie hat die Party von den Leuten gemütlich? Ja, es war gemütlich. Gut, dass so viele sind gekommen. Wie hast du es wieder gemacht? Ja, ich denke schon. Vielleicht nicht hier, obwohl es hier geil ist, aber ich denke schon. Frieden mit den Veranstaltern? Ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, es ist super gelaufen. Ganz am Anfang, als die ersten 2-3 Bands gespielt haben, und ich dachte, es könnte noch etwas besser werden. Und mit der Zeit, wenn ich mir die Finanzen angeschaut habe, und nicht nur das, vor allem die Begeisterung der Zuschauer, wie sie mitgemacht haben. Es war einfach im Großen und Ganzen über den Erwartungen. Ich muss sagen, ich bin begeistert, so etwas Neues durchzuführen. Ja, wir wissen noch nicht genau, ob wir es jetzt jedes Jahr machen wollen oder alle zwei Jahre. Aber wir sind sofort dabei, mir noch so etwas auf die Bühne zu stellen. In diesem Fall freue ich mich aus auf das nächste Festival. Das ist dieige! Wir sehen uns heute. Genau, das war echt. Untertitelung des ZDF, 2020